Es hört sich an wie du. Ja, ne? Willkommen zu einer neuen Folge. Rezy Village. Ist ja auch gar nicht 8. Es wird nirgendwo als 8 betitelt, außer im Logo. Ja, dieses V und diese 3. Aber wenn du es jetzt irgendwo suchst, wird es nicht als Resident Evil 8, sondern Resident Evil Village. Ja, aber es ist 8. Ja. Und GTA San Andreas ist GTA San Andreas und nicht GTA 4 gewesen oder 5. Davon habe ich keine Ahnung. Hatten wir da nicht was? Ja, da haben wir was. Was ist der? Was nicht? Na ja, guck doch mal ein bisschen, was da fehlt. Ja, warte, ich weiß, was er will. Alter! Was? Du hast drei Maske des Zorns. Drei. Hä, man sieht es doch auch so, wegen dem, was... Oder? Oh doch, ein bisschen hast recht. Juhu. Naja, oder auch nicht. Naja. Nicht? Habe ich jetzt gedacht. Dann muss ich nochmal gucken. Ja, das hast du gedacht, ne? Was bist du? Zeig dich mal von hinten. Du bist 1. Okay. Daneben. Daneben. Jaha! Das ist auch viel kleiner. Das Ding. So, dann bist du bestimmt. Ha! Das war voll geraten. Aber guck mal, dass dich ja jetzt erst, da fehlt noch eine Flamme. Aber es sind doch noch vier. Oh Gott! Das ist... Der Typ. Kannst du nicht leise stellen? Da war noch was. Schlaf dann da. Ich kann sagen, im Speisezimmer oder so. Innenhof. Hast du weit rausgesungen. Äh, Masken waren ja vier Stück, oder? Guck mal. Ja, eine brauchen wir noch. Ach, eine brauchen wir noch. Eine brauchen wir noch. Aber frag mich jetzt. Ja, es gibt keinen Kommen. Doch, doch. Doch, doch. Oh, hi. Darf ich da mal an dich vorbei? Dankeschön. Jetzt haben wir gar kein Messer mehr. Die Große ist auch da. Oh, oh, oh. Oh Gott. Die Große. Die Muddy ist auch da. Ich weiß gar nicht, wohin. Ist da erstmal egal. Die doch erstmal vor der fetten Ollen, ey. Vor der fetten Ollen. Also die Olle mit den dicken Titten. Bibliothek. Guck mal, da haben wir sogar noch was vergessen. Irgendwo. Kommt ihr jetzt hier rein? Ich weiß es nicht. Wir haben ja die eine Tochter kalt gemacht. Da. Deutsche Taste. Guck mal, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Ach, verdammt. So kommt doch hier raus. Aber sie hätte ich noch nicht gesehen. Wo ist sie? Da. Oh, oh, oh. Gut. Da wünscht man sich auch wieder dieses Um-Ecken-Gucken. Nicht auszuhalten, dieser Hunger. Ja, jetzt muss man einen Raum haben mit Wind, äh, Kälte. Ja, äh, äh, äh. Rester, holt ihn euch! Sperrt deine Schwester zu tun, Bitch. Kommt. Hier sind überall Vorhänge, ne? Ja. Hä? Hä? Sollst du nicht essen, die. Ja. Das ist die Frage, wo, 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 wo? Nicht nur, dass die Alte mich verfolgt, die große Alte. Nichts gibt's doch nicht. Oh, das musst du ja machen. Also du darfst auch nicht zu lange warten, weil die weiß ja, wo du bist durch die Fliegen. Ach, scheiße. Hier. Da hab ich doch gefangen. Da komm ich auch nicht mal durch. 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 Ach, schießen wir auch nicht. Mutter! Mutter! Ich hab mal vorbei, danke. Ach, ist das nicht. Da komm ich nicht. Jetzt bist du da! Ich wollte mich wohl essen zurück. Ein frischer Bauch dampft wie ein heißer Teek. Was? Wie ein heißer Teekessel, dein dicker Bauch. Nein, ein frischer Bauch. Ein frischer? Weiß ich nicht. Oder Fischer. Fischers Fritze? Du hast nichts. Aber wo sind denn die ganzen Räume? Speisezimmer, Innenhof. Das bringt auch nichts, ne? Nein, Mann. Okay, ich hab dich nicht so unterschießen. Oh, hallo. Danke. Hier könnte ich sie vielleicht hinlocken. Ja, aber sie will dich ja nicht mehr. Ja, ne, weil die Mutter sich eingemischt hat. Okay, ich spreise sie mal. Ah, ich werde fliegen. Schauen. Müsste sie hier irgendwie hinlocken. Mhm. So, das heißt... Was ist denn? Schade. Hier war auch nichts. Ja, oh. Ja, das ist auch nichts. Hier soll noch irgendwas sein. Es darf vielleicht... Also hier soll ja noch was sein. Vielleicht in der Mitte? Nee, ne? Ja, bitte. Ja, das ist jetzt hier links, oder? Nee, ich meinte schon im Innenhof eigentlich. Wo du eben warst. Weil da in der Mitte ist ja so eine Skulptur. Ich weiß nicht, ob wir da schon... Eigentlich schon. Es ist jetzt natürlich eine halbe Stunde her. Da weiß ich doch nicht. Versuchst du meinen Appetit anzulegen? Ah, da ist sie. Ja, ja, komm mit. Untaulich. Okay, das muss irgendwie anders klappen. Okay, Innenhof. Was hast du gesagt? Ich weiß es halt nicht. Ich auch nicht. Ich bin... Ich hab mir jetzt nicht hundertprozentig gemerkt, wo wir diese ganzen scheiß Maskendinger da eingesammelt haben. Aber da in der Mitte in der Skulptur... Ach, scheiße. Da haben wir schon... Das war ein bisschen so was. Ja. Das ist so. Ja. Haben wir die nicht sogar auch von den... Dafür, dass wir die Schwester einlöschen haben bekommen? Nee, von den Schwester haben wir... Äh... ...Kristalle bekommen. Ich weiß nicht so. Ja. Ja, da müssen wir ja echt gucken... Den haben wir. Dass wir die Räume durchgehen, wo wir noch nicht waren, ne? Ja. Karte? V war Karte. V. Nee, wird bestimmt irgendwo... Speisekammer war es nicht. Da wird bestimmt irgendwo noch so ein blöder Diamant hängen, oder irgendein Kristall, meine ich. Den wir noch nicht haben, und deshalb... Das heißt, wir müssen uns an... ... und sowas. Okay. Speisezimmer. Gucken wir nochmal im Speisezimmer. Das ist hier... ...links. Ich wüsste jetzt echt nicht, wo wir jetzt nochmal hinmüssten. Ich auch überhaupt nicht. So, guck mal, da ist noch ein... ...Kristall. Ein Crystal Meth. Crystal Meth. Das war's bestimmt. Oh ja, das war's. Das war's? Das war's. Das langt, sagte der Staatsanwalt. Dafür gehst du ab. Dafür gehst du ab. Guck mal in den anderen Etagen. Oh, das wollte ich gerade, aber... Die Konzertsaal könnte sein. Haupthalle, hm? Hier ist bestimmt nichts. Da! Alter, der Verzögerung. Also doch hoch und dann... Ach, okay, dann waren wir doch schon fast richtig. Okay, dann weißt du... Das ist unten. Schlossdach. Nee, das ist oben. Das ist das Dach. Da ist auch noch was. Okay. Komplette Dach, da wo ich die... Wo ich so mit Bravour die... ...Fledermäuse vom Himmel geholt habe. Ja, das hast du richtig toll. Komm schon, Alter. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitreskos zu beleidigen. Ja, mach das mal. Ja, warte. 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 Du weißt so ungefähr, wo ich muss? Ja, ich weiß, wo ich muss. Da, wo wir die erste Fliegenlady getroffen haben. Bäääa. Ja, das ist nicht... Ah. Nee. Was? Falsches Schloss. Falscher Schlüssel. Ja. Nicht der, sondern der. Ah. Total voll. Oh, guck mal. Das war ja einfach. Nämlich. Ah. Hat die dich jetzt echt schon verloren? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte. Ich bin jetzt zu. Ja. ZU. ZU. Ich hätte dich jetzt eh nicht... Oh, Silberring. Oh, Silberring. Ähm, ich hätte dich jetzt eh nicht rausgelassen. Willst du den einmal untersuchen schon mal, falls wir da irgendwie eine Kugel wieder rausholen können? Ja. Mach ich... Ich will nur einmal kurz... Hier soll noch was sein. Ah. Ja. Äh, Tab. E, E, D. Nee, das war ja eh zu viel. Ja. Nein, den... Das ist ja nix. Gehen wir noch einen weiter? Da, den einmal bitte. Da scheint etwas zu fehlen. Okay. Ja, da fehlt was. Okay. Ach so. So, Leute. Ich habe jetzt mal kurz einen kleinen Cut gemacht, nachdem wir jetzt den Ring nochmal eingesammelt haben. Ähm. Einfach, weil wir eben... Hier kommt gleich ein Bossfight. Und da ist alles hier schon wieder so in den Keller gegangen. Jetzt haben wir nochmal alles neu gemacht. Mal ein bisschen in Einstellung rumgeschraubt. In der Hoffnung, dass das jetzt klappt. Also das Spiel braucht echt viele Ressourcen. Hätte ich so nicht gedacht. Ich habe ja einen guten Rechner gekauft, aber halt keinen Hochleistungsrechner. So eine Mittelklasse, würde ich sagen. Das ist das Problem. Ja. Hättest du mir das Geld gegeben für Hochleistung? Na klar. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir auch meinen Körper. Das geht schon wieder... Also... Geht schon wieder in die Knie? Ja, so ein bisschen. Ja. Dann wird das wieder so eine Ruckelaktion. Ja. Ich war besorgt meine Schwestern heffen dich bereit. Dann wird es wieder so eine Ruckelaktion. Keine Ahnung. Du hast die Jagd, Verdammel! Ich habe die Jagd, aber nicht? Was? Auf die Fresse. Ja. Also wir entschuldigen uns dafür, wenn es ein bisschen ruckelt, aber ich... Ist halt so. Ist halt so. Och, die alte Kaffe, glaube ich. Ach, die Schmerzen. Nein! Doch. Nein! Unmöglich! Nein, noch? Ich lasse dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur! Ja! Oh, kranke Hexe! Kranke Hexe ist auch schon geil. So. Es liegt aber anscheinend nicht nur am Bossfight, sondern irgendwie... An dem, was hier noch ist, weil er beruhigt sich jetzt auch leider nicht. Das ist bestimmt hier, weil er jetzt so rechnen muss, wegen draußen. Kann sein. Kommen wir jetzt hier. Okay. Ich muss doch wieder zurück. Kann der alles? Kannst du nach draußen? Nee, ich muss wieder zurück. Das war's mir hochgegangen. Ist ja nichts. Das ist klar, wo ich knickle, bestimmt so rein. Gucken wir mal, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Dann habe ich renne, renne, renne. Und renne, renne, renne. Nee. Ja. Aber irgendwas ist doch gerade aufgegangen. Ach, alles klar. Nicht? Ich hab's gedacht. Ja, es ist natürlich schade, jetzt ein kleines Ruckelfest gehabt, während des Bossfights. Aber, ja, was können wir machen? Okay. Jetzt sollte ich hier rausbekommen. Ah, was ist denn? Jetzt sind alle Weiber tot. Ja. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass Mami noch saurer wird, ne? Stimmt. Ich hab, ja, gar, gar, gar keine Munition mehr. Ich wollte noch mal was gucken. Wir haben bestimmt noch mal scheiße gebaut, Schätze. Du sprichst echt immer so leise, ne? Nee, du machst das scheiß Mikrofon immer so weit weg von mir. Dann würdest du es dich da ran, ah, ah, oh, guck mal. Meinst du, das ist besser so, ja? Nein, das ist bestimmt richtig schade. Aber ich glaub, die hätte man bestimmt auch noch... ...zurücksetzen. Die hätte man bestimmt auch noch kombinieren können. Ach, keine Ahnung. Oh, guck mal da. Ich hab das Glitzer. Interessiert sie mich. Ich baller hier einfach mal hinter ihr rum. So, das haben wir. Wo war denn das Badehaus nochmal? Da haben wir auch noch nicht so viel. Ach, das ist jetzt auch egal. Wir haben jetzt die Schäden. Geh doch mal woanders lang. Aber da willst du doch... Da will ich auch hin. Naja, nicht ganz da hin, ne? Wo ist denn diese Halle mit den Figuren? Da, genau da. Ach so. Die zukünftigen Erben in das Haus, die Mitrescu vernichtet? Das hast du jetzt gehört? Von einem wie dir? Ach, so heilt man sich. Scheiße. Ist auch fies. Genau unterlaufen. Das heilen. Ah, kein Fallschaden. Juhu. So, jetzt sind wir da. Das hatten wir aber schon, ne? Ja, erste Arbeitszeit im Schloss hatten wir. Ja, das hatten wir schon. Stimmt, hier bist du ja auch. Lang, genau. Da hatten wir dann gesehen, dass sie hier die Weinflasche geklaut hat. Ja. Und hier soll noch was sein. Im Verkostens zusammen. Hängt bestimmt auch irgendwie nur so ein... Kristall, bestimmt. Da! Ja, meine ältersten Augen finden das alles. Nee, warum? Sonst hätte ich das gesagt. Ach, der Scheiß wieder. Fuck. Nur damit, damit ich hier nicht über den Weg laufe. Ach, Pisse, ey. Na, du hast ja halt einen Scheiß-Weg ausgesucht, ne? Ja, hab ich echt. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass der so scheiße war. Aber du hast ja hier schon alles weggemacht. Hallo. Hallo. Ich drück mal die falsche Taste zum Rennen. Ich mach die Map auf. Ultimative Macht. Kannst du dich nicht schlagen, wenn ich den Map aufbacke. Richtig. So. Die Fresse. Ja, klar. Noch so ein Vieh. Ja. Müsst du mich verarschen? Das sind immer ganz schön Munition, die Fiege. Ja. Links ist noch einer. Ach, das ist mir zu doof. Ah! 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 Oh, total. Next man. das wir jetzt schon rohrbomben haben sonst könntest du glaube ich nicht anrichten ich hätte es nicht gedacht dass das was wird das hätte ich jetzt auch nicht gedacht und da ist jetzt dracula der deutsch und das war es aber gut dass wir noch mal runter gerannt sind noch was und noch mehr mehr aber halt doch ich weiß kann ich den so und jetzt ist das einfach nur noch mal teurer okay also dann steht das immer wenn du das kombinieren kannst das dauert sonst zu lange naja stimmt hätten wir die erste alte jetzt sind wir wieder in essenskammer genau genau jetzt sind wir wieder in essenskammer genau in der essenskammer habe ich gesagt vielleicht könnte das auch daran liegen so viele haare in den ohren hast dass du nur das hörst die zukünftigen erbinnen des hauses die mitrescu vernichtet von einem wie dir ja ja deine töchter waren halt scheiße ich wollte auch mal was gucken ja da war ich noch was da kann ich noch was mit dem Dietrichs aufmachen ja ja die trichs so aber wo da ist ja was tolles da guck mal zwei ich will nicht sagen dass das knapp war ja das war knapp ja kannst du ja auch noch mal einen shop dann kannst du eh einmal speichern achso ich glaube der ist vorbei ich weiß es jetzt nicht wir haben ja einmal unterbrochen wegen technische probleme ja ist vorbei ist vorbei ist vorbei ist vorbei ich hätte jetzt nämlich gedacht dass man die sachen die du von den schwestern kriegst auch noch mal kombinieren kannst ich verkaufe jetzt einfach alles ne ja boah guck mal alter boah guck mal alter boah den nicht das nicht ok und auf F prächtig was das wert ist ja hm so ich habe gerade aufgestockt schön hier wollte man achten schon feuerkraft so eine einfache modifikation ist sofort erledigt und sonst war auch nichts mehr wollen wir nochmal für die landminen den holen für 3000 das weiß ich nicht ja 3000 das ist jetzt ja der peanuts jetzt ne ja jetzt ja Heilung nochmal gut Werkstatt Schroflinte Nachleidegeschwindigkeit Magazingröße oh macht das super gut hm knarre knarre feuerrate höher Nachleidegeschwindigkeit Magazingröße ja diese Hände sind geschickter als sie vielleicht aussehen so knarre voll Doppelklick Schock dann voll dann machen wir hier nochmal Magazingröße hm hm was und jetzt können wir nochmal die feuerrate ah schon gut das war's so guck mal bam fast alles modifiziert und nicht upgrade sonst hat er auch nichts mehr ach was er hat keine Kommission wenn du willst kann ich deine Waffen danke für deine Treue so schabern liebe Leute ich hoffe wir hoffen es hat euch gefallen wenn ja lasst uns doch mal einen Daumen nach oben da äh und äh abonniert kräftig und ja ich würde sagen wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wo wir uns hoffentlich mal wieder ein bisschen gruseln können das war ja jetzt eher Action statt Grusel bis jetzt so ja so ein paar Schock Momente gab es naja das war jetzt mehr viel im scheiß Schloss rumrennen und den Weg versuchen zu finden genau mal sehen was in der nächsten Folge kommt bis dann tschüss bis dann 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 bis dann